BITCH I WANNA PARTY LIKE CHRIST DOLOVEYS Leute, was geht? willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Heute machen wir mal eine Party also eine Party mit Freunden und ja, wer ist denn alles drin? Hasali, Pascal und Ghostboy also gute Freunde von mir und wir spielen jetzt mal einfach mal alle einen im Lauf und ja ich hab mein erster verschwendet ok, hab ihn bekommen so, drei Leben verbleiben schon wieder verspielt hab ihn gleich wieder bekommen so, wo ist denn der nächste? oh, jetzt hat er mich bekommen Pascal hat mich gerade bekommen nicht schlecht hast du gut gemacht, Pascal und ja, ich wollte noch sagen ich musste heute irgendwas hochladen weil ich die ganze Zeit nichts hochladen habe das Video von mir war ohne Ton das hab ich jetzt gelöscht wieder oder ihr könnt ja mal in den Kommentaren schreiben ob ich das wieder hochladen soll weil ich hab einfach keinen Ton bei dem Video und das ist mir auch ein bisschen egal weil... egal, ist ja nur ein Spiel mit Freunden noch ein Leben das Spiel zeigt mir sogar an wie viel Leben ich hab so, mal gucken wer es jetzt schaffen bin ich mir nicht so sicher oh so, ist Fremd, Überlebende so, wer ist denn eigentlich draußen jetzt? so ich schrei jetzt irgendwo herlang ich weiß auch nicht wohin ich such grad Leute und habt ihr einen gesehen? habt ihr einen gesehen? und? oh nein er hat mich bekommen ähm er ist für einen Glückwunsch warte mal er ist für einen Glückwunsch Glückwunsch ich kann jetzt gar nicht mehr reden hast du gut gemacht, Havsali ja ja warte mal Ghostboy ist draußen so ich bin draußen so ja so wir sind jetzt bei ich geh nochmal rüber zu Pascal mal gucken was mit Pascal so also mal gucken wer gewinnt von den beiden jo könnt ihr mal in den Kommentaren schreiben was ihr davon hält ob ihr noch ein paar Sachen mehr davon wollt oder oh jetzt wird spannend könnt ihr mal schreiben in den Kommentaren ob ihr noch was davon wollt oh er hat Havsali getroffen naja ja sehr ärgerlich ne sehr ärgerlich ok mal gucken vielleicht spielen wir noch eine zweite Runde und ja sieht so aus als würde das Spiel gleich vorbei werden habt ihr nicht gesehen hm oh herzlichen Glückwunsch Pascal du hast es geschafft bis als erstes nochmal herzlichen Glückwunsch das war einfach nur Legende was du gerade gemacht hast schmeißt dich hin steht auf und dann auf einmal trifft ihr ihn nur noch und jo Leute das war es schon wieder ich wollte nochmal sagen ich hab schnell noch ein Video gemacht und ja ciao Leute ciao Leute ich hab noch ein Video gemacht has ich hab noch eine für das ist esが die